Musik Herzlich Willkommen. In unserem Land diskutieren die Menschen ein Thema, das viele Herzen bewegt. Die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Unsere Soldaten sind eingesetzt nicht nur als zivile Aufbauhelfer, sondern sie sind zunehmend auch eingesetzt in Situationen, die indirekt oder direkt zum Krieg führen. Die zu Kriegshandlungen führen und die Diskussion heißt immer wieder, sind unsere Soldaten darauf vorbereitet? Ich glaube, diese Frage ist falsch gestellt. Die Frage heißt nicht, ob unser Militär vorbereitet ist. Die Frage muss heißen, was soll unser Militär außerhalb der Bundesrepublik Deutschland? Welche Interessen sind hier zu vertreten? Stimmt es wirklich, dass die deutsche Bundeswehr deutsche Interessen am Hindukusch zu verteidigen hat? Oder ist es nicht vielmehr richtig, dass die Bundeswehr eine Verteidigungsarmee sein soll, in einem Verteidigungsbündnis mit Namen NATO? Oder hat die NATO sich längst neue Aufgaben gestellt? Ist sie zu einer Interventionsmacht geworden? Ist sie Teil einer Weltpolizei unter US-amerikanischer Führung geworden? Diese Fragen sind aktueller zu diskutieren wie noch nie. Denn im Moment wird der Druck auf Deutschland erhöht, dass wir nicht nur in den friedlichen Teilen Afghanistans Aufbauhilfe leisten sollen, sondern wir sollen mehr Militär zur Verfügung stellen, um direkt in die Kriegshandlung einbezogen zu werden. Unsere Bündnispartner möchten gerne, dass offenkundig noch mehr Militär direkt in den Krieg einbezogen wird. Wir, die Linke, im Deutschen Bundestag sagen, es reicht. Stopp! Die Bundeswehr ist nach Hause zu holen. Die Bundeswehr hat in Afghanistan in einer gescheiterten Mission nichts zu suchen. Es geht auch nicht darum, die Afghanen alleine zu lassen. Es geht nicht darum, sie in einem ungewissen Schicksal zu lassen. Wir sollten als Bundesrepublik Deutschland tatsächlich zivile Aufbauhilfe leisten. Wir sollten helfen, Alternativen im Monanbau zu finden, damit Bauern wissen, was sie anbauen und wovon sie und ihre Familien leben können. Aber wir sollten tatsächlich der Kriegslogik in den Arm fallen. Deswegen, mit militärischen Mitteln ist das Problem in Afghanistan nicht zu lösen. Nur mit Frieden kann man Frieden schaffen. Vielen Dank.